eine Pfeilspitze und muss man nicht weglaschen haben also klar bitte sehr, ein Herz ein Herz noch Jod, Alter ich bin direkt neben mein Haus wer hat mein Bett weiße erste Aufnahmen und er verriegt schon schon zweimal ja ey, wer hat mein Bett zerstört, du? nein, das ist, weil das in der Luft hängt ich muss im unteren Bett schlafen das darf nicht in der Luft hängen will aber ja, wollte ich auch, aber das geht nicht lol, der fliegt so nebenher rum komm und hol dich wieder vieles gelitzert machen wir nicht schon eine Einweihungsparty na, ist doch schön jetzt zwar ohne dich, aber so schön ja ja, da wisselt ja ja, hässlichen, die alten ich komm und schütte euch alle nein, äh, es sind sehr, wie weit bist du und wir die Einrichtung machen ja, dann mach da unten schon mal die Einrichtung ja, mein ich ja, dann brauchen Holz ja, äh, hier Dings, Mario hatte was gesammelt ja, ich hab schon für mein Haus ein bisschen ja, komm zu mir nee, nix für dein Haus warum erst mal das hier den hab ich ja gefragt, ob ich schon ausbauen darf na ja, komm, ich hab ein bisschen ich bin da an der Brücke, da müsst du mich ich bin ne Brücke, Alter ich bin noch bei dem Haus bei S&S Air nö oh, da kommt ein Spreper äh, Party oh, ich hab nur noch, äh, verarbeitetes, ne ja, das glaub ich brauche er auch ja, egal das brauch ich ja für Treppen aber auch nur 40 oder so du hast doch die ganze Holz gesammelt einiges hat er ja unten in die Trüge gepackt nee, das hab ich ja auch für Haus ein bisschen benutzt ja, Holzkopf ja, war gar nicht so lustig er dachte immer ja, son, das weißt du nein, das ist gar nix äh Eisen, Kohle boah, warum liegen hier 20 Diamanten? das sind meine gewesen, die ich im Inventar hatte wo bleibst du? wer denn? ja du, du sollst mich auf den Weg machen hat er doch gesagt du sollst dich auf den Weg machen und ihr Holz bringen guck doch, 24 Holzen du bringst trotzdem vorbei du warst doch die ganze Zeit ja, ich hab da was für mein Haus gebraucht, Junge ein bisschen ja, du hast das doch noch gar nicht angefangen na komm her dies, wie weit ich schon bin du baust mein Haus dann ab nein, egal, ich geh jetzt einfach irgendwo hinter der Brücke meinte er ja, okay, komm zur Brücke Opfer ich geh da einfach ein Haus an, ich glaub sie nicht wenn du das abbaust ja, mach ich ja, mach ich oh man wenn du heute schläfst, dann wo steh nach Hause unter den Füßen höh, seh ja schon voll weit aber sieht scheiße aus ja, das wird noch besser trotzdem wollte ich auch noch ein kleines Haus haben damit ich nicht in den scheiß Assi-Kellert hier, warte, ich geb dir den Restholz das ist der Radiker leider hier uah was, warum willst du da machen? weil da vorne kein Platz mehr ist sammeln mal neues Holz sammeln mal neues Holz äh, uah, echt? nein Mario, du wirst ja jetzt da, wenn du Holz sammelst ja da ist unser Holzfäller ja ja, ich brauch mehr Holz für die Taverne auch unverarbeitete das mach das, das für die ja boah, hast du mal eine Ackermischessenz her obwohl, ne, hier ist ja ich hab Holz und Diamanten da unten sind auch noch Eisen drin und sehr viel Eisen woher sind Diamanten? ja, da sind welche drin so bei dir können wir uns die einfach nicht ja, klar die hat er schon gesappelt das sind ja keine wir haben nichts so erschietet hier ich sag das doch, ich brauch warum Diamantblöcke für mein Haus äh, nein du kannst nicht mal nein, was machst du, was machst du? äh, oh, das nein muss alles fallen naa ey, ich immer schlecht alle Kreuzreise machst du toll, wie die Endermänner die Bäume stehlen volles Dealer, Alter äh, nein äh, nein ich will ja ne Deale bauen so ne richtig sollte ja eigentlich solche werden deswegen hab ich das so gemacht ja, oh, fuck da ist auch ein Zweck da muss das selber oh haha, alter und das sollte ja eigentlich der Teil also, der Lagerraum sein da nee, soll aber nicht ich will die Deale größer machen und dann hinten hm du hast hier vor nein nein, nein das ist brauch mal hier zu mal weiter brauch noch nen Raum ja das kannst du ja später hier wegdenken das hier oder авто bald habe ich das gemacht vor allem wenn da doch LOL aufnehmen und also ich kenne nur eine Folge danach höchstens vielleicht musst du gleich appennen oder was äh, ja doch, 2 Folgen kann nicht, aber mehr auch nicht man habe eh zwei folgen in einer woche hochlacht er nehme ich aber nicht auf ne zwar wer soll muss erst mal mal ich muss beim pc erst mal auf die reihe kriegen aber wenn du hat geschmacht hast du dann soll aufnehmen ja dann übernehme ich dort oder ich meine kräfte oder so weil ist nicht immer wenn es dabei geht dann kann sich vernünftige ich muss ja erstmals wenn wir es hinkriegen weil normal nämlich mit kentese auf bei die weil ich da irgendwie meine waschen untergriff bekommen mein mikro das ist der fernseher immer das rauschen verursacht hat eigentlich schon das war ein anderes hauschen nur noch so ein ganz leichtes aber das problem ist dass ich euch über meinen lautsprecher ab müsste ich gleich mal netze anschließen ja dann macht das doch es sind sehr ja ganz gut hast du eine zaunte dabei was sauntür sauntür nein habe ich gerade nicht ich brauche eine lappe was ist schon okay ich kann mir selber machen auch eine trapdoor eine falltür abdure abdure traktor tut tut ich habe mir das dann so vorgestellt dass wir also ich habe jetzt gerade nur dörter wo das schon mal schlafen was denn das hier mit normalen stone zu machen klingt so also ja so und dann ist hier privat oben und dann geht die treppe nach oben weil das ist noch für uns das zum schlafen ist da oben noch was ja klar kann man ja alles in die story mit einbauen dass er dann hier einbrechen muss also einbrechen wenn jemand aufpasst muss er ja nicht einbrechen aber dass man da rein muss ja ich jetzt cool x unverarbeitet er hast noch zeuge ich nein warte mal hotel vorgeht aber ich glaube ja so doch habe ich noch 20 warte mal 12 ist da drauf doch drauf maio ändern männer nicht da liegt einfach mal so holz rum ein profis noch ja da muss noch eine hin wo ist die haus wenn du bei uns raus gehst wirst du denn eigentlich jetzt ja genau da ja wo bist du ich gibt und hätte das unten drinnen in die kiste bei oder er grüßt die gleich anderen zwei stext und wenn man übrig bleiben wollen wir äh was hast du denn hier x warte ist das ist das gleich soll der eingang hier genau damit der sein oder sollte wo anders sein ist welche hinter eingang meine ich hätte also hier sind wir mit der was du hier gemacht hast ja ist egal mach wie du willst ja ist egal mach wie du willst hast du noch so halbe dinge wie halbe dinge nee so sollt nee solcher hatte ich nie bitch slap ja genau das meine ich so halbe das meine ich so halbe dinge so halbe dinge so halbe dinge Ja, was ist? Jetzt hast du ja noch einen Zaun aufgesammelt. Äh, ich kann nicht, ich schmeiß dir alles hin. Muss nicht. Doch, ich hab's da hinten getan. So. Jetzt kommen gleich hier noch in die Einrichtung hin. So ich stehe. In da? Alter, du solltest erstmal dein Mikrofon vor deinem Mund nehmen und dann deutlich brechen. In da? In eine Einrichtung gesagt. Am da? Äh... Wozu hatte ich jetzt nochmal die Falltür? Ich... Kasum braucht die. Nee, hat mir die ja gegeben. Warum auch immer. Nee, ich hab die ja gebraucht, aber man macht halt immer wieder zwei. Achso. Man macht halt, wenn man die werftet. Wolltest du hier normale Stones, also... Clean Stone oder Cobble Stone? Warte. Zum Eingang von unserem Links hier. Äh... Hotella geht er weg. Wollte ich mal besuchen. Äh... Alter! Arsch und ich bin fast... Ey, hast du ne Schere für mich? Ich bitte zwei Eisen. Eisen ist hier in der Natur. Habe ich nix mit. Musst du jetzt nochmal hierher kommen. Soll nicht werden, wenn's fertig ist. Mal probieren. Dann solltest du es sein, ist nicht... Ach, ach... Lass es mal bitte. Okay. Hör... 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 Ui, Joh... Ui... Ui... Oh, ich hab grad zwei Küpel auf einmal so parallel gekreuzt. Ah... Oh... Oh... Ist das... Ist das... Ist... Ist das... Ist das... Ist das... Ist das... Ist das... Ist das jetzt weg? Oh! Ich glaub bei dem hat irgendwas geklingelt. Ist die erste Aufnahme schon mal grandios. Verbrochen war wie? Hör... Nö... Schätzt man nicht. Ah ist das scheiß egal. Au! Ja, aber dann sehen die Leute ja nix. Dann können die ja auch hören. Boah, Alter, die Skelette nerven. Wir müssen die Stadt ausleuchten. Also, alles ausleuchten. Oder andersrum. Gucken, ob der noch aufnimmt, sehe ich ja an seinen Augen. Was sieht man da denn? Nein, nicht, das war ein Spaß. Okay. Loil. Loil, das sieht man. Was? Ich hab den grad schlagen. Jetzt hat der seinen Kopf, ne? Der ist jetzt 180 grad gedreht, genau. Also, das Batman-Symbol. Also, der... Der hat so ein Netzchen hin. Oh, shit. Ich hab da jetzt Screenshot gemacht. Der sieht voll hässlich aus.